Hallo und Herzlich Willkommen bei NakaSum4. Ich hab vergessen, ob du auch aufnehmen willst. Ich hab Zero dabei. Nimmst du auch? Ja, ich nehm' mir gleich auf. Gleich. Ich muss erst mal Musik einspielen. Ja, ich bin halt top mit Mundo und RSI. Ja, wir haben schon verloren wieder, weil das einfach Naka ist. Warum guckt euch dieses Video an da eigentlich? Ihr seht dieses Video, seht nur Naka und so. Aber schon wieder verloren. Spult bis zum Ende vor, wir haben verloren. Sag ich euch, garantiere ich euch. Gibt's ne Millionen Euro für nicht, Falsschläger. Ich spult jetzt bestimmt nach Ende und dann schauen sie, wir haben gewonnen und dann spulen sie wieder zum Anfang. Auch schlecht bin ich nicht. Auch sich hat Spaß anzufrieden. Mich freuen. Ist das eigentlich nur bei mir so, dass Leute sich immer so minimal eben für ne Millisekunde schließen und dann wieder aufmachen? Also bei mir passiert manchmal, dass es keine Rückmeldung mehr gibt, sondern kommst wieder zurück und dann wieder nochmal. Bei mir macht der immer so ganz nervig, der geht, du siehst so für ne Mikrosekunde wie der Bildschirm, wie hier das Loilfenster weggeht und dann siehst du das immer wieder aufkloppen, oder? Und du kannst es natürlich sehen für diese Mikrosekunde. Ich kann das. Sharingan eben. Aha. So wie der Twitch, der Natsu heißt. Natsiiiiiii! Ich finde ja Diablo... Kralon heißt... Kralon heißt Diablo. Diablo-Phrase. Oralkes. Und Zip Neck. Und Plaupi950. Manchmal gibt es dir Namen, wo ich überhaupt denke, wie kommen sie überhaupt durch solche Namen? Nameless Millfand! Wie kann man solche Namen benutzen? Keine Ahnung. NakaPian70. Das ist glaube ich so ich das hab. Weil du zu uncool bist, um Nakazato zu schreiben. Ähm, nö. 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 Soll ich wieder 8-Bit-Techno einspielen? Nein, nein, nein. Kein 8-Bit. Ich hab hier für 60€ ganz viele Albenbote, ey. 9 Stunden 8-Bit-Techno. 9,7 Stunden. Für 60. Hätt ich mir für 60 gegeben, hätt ich für 20 was gemacht. Niemand will wissen, wie viel Geld du dich hier unterbruchst. Naka. Mit dir aufnehmen ist immer so speziell. Verstattet es nicht. Meine Mutter hat gesagt, ich bin speziell. Meine Mutter. Warte. Warte, wen spiele ich gerade? Mondo. Nein. Falsch. Also wenn ich dich jemals verlinken würde, dann würde so, neben deinem Link steht so, wen spiele ich? Warte. Willkommen in Summoner's Rift. Ich werde sowieso noch spiele gehen, da will ich einfach sehen wie Naka besiegt wird. Und ich rede nicht wieder über Megaman, das kommt sowieso zwar auch noch, aber... Was laberst du? Was laberst du? Was laberst du? Was laberst du? Es wird... Werde in Zukunft auch sein, kann ein ganz viel Spiel sehen, wo er einfach geowned ist. Ich nehme jetzt auch... 3, 2, 1, los. So. Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play League of Legends. Ich bin SiyaxiRyP. Dabei ist Nakazato74. Hallo. Hey, der Blizzkrieg hat einen neuen Skin? Lass ich gerade. Hä? Der Blizzkrieg hat einen neuen Skin? Nein, der ist so ein alter Skin. Nein, der ist doch eine neue, oder? Nein. Der ist, glaube ich, schon älter. Der ist auch mit Red Card Katharina gekommen und so. Warte, was mach ich bei Blue? Jetzt niemand. Du sagst es doch mal, du bist ... Ah, wir werden evaded. Action! Wer stirbt? Niemand. Der Twitch hat bloß geflasht. Ich hab da einfach strikt. Meinungs hat der Flash benutzt. Ja. Warte, du hast dein Kuh benutzt? Du sagst nicht erst eh-gis-gis-gis? Weil ich Kuh benutze. Ich find's eh besser Ja, ich spiel ich als erstes voll, aber trotzdem benutze ich am Anfang für den Rapper Ich hab Rumble im Top Auf der Top, Naka Kann ich's in der Top haben Du kannst nicht Leute in der Top-Lane verstecken Naka, hör auf, scheiße zu reden Du redest nur aufzeichnen Ich werde verbrannt Mundo, geh weg Der gute Lagang Rumble nervt mich Er ist viel zu gut, allein durch den Skin schon Alter, der Anime war so richtig geil Der ist auch immer noch richtig geil Am Ende hab ich zwar nicht kapiert, um was es ging, aber es war richtig geil Am Ende war Irgendwo waren sie so groß, dass die Universum nicht dafür gereicht hat Das war einfach so Am Ende war das Ende einfach am Ende Was ich mir ja immer noch wünsche, dass die Ärger zu Ende machen als Anime Ähm, 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 ah Rumble, schlitter Soll pink der SS und in Wirklichkeit ist gar nichts passiert Immer abwärts weg Du hast einfach so eine Sekunde im Busch gegangen Um ein kleines Pornomagazin zu holen Und dann hast du so Ah, 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 nein, der wird die Weltherstoffer an sich reißen Ring, ring, banana, fuhm Ah, 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 nachher du stirbst Nö Naka, ich sehe deine Lebensanzeige runtergehen Und? Sammeln mal Frames, warum hab ich Framedrops? Deswegen ziehe ich doch mein Leben, ob das geht Das sind halt wieder normale Frames Das war dieser eine Wolf Ich weiß auch gerade nicht, wieso ich Framedrops hab, das ist wieder Naka Ja, da kommt wieder alles ab zu mir Komm wieder mit Naka auf, geh Alles zu mir Du hast gegen mich was Persönliches Nein Damals Rumbless Ass, ich stehe nicht mehr Ich bin blind Ich wollte eigentlich, hätte ich mich jetzt nicht unterbrochen, hätte ich was total rassistisches gesagt, aber lass mal Also ich hab's nicht gehört Nee, ich hab's auch nicht gesagt Ich hab's auch nicht gesagt, was ich rassistisch sagen wollte Warum? Weil ich mir in letzter Zeit dachte, nein Nein Nicht bei YouTube Nicht bei YouTube Nicht mal bei irgendeiner Videoplattform Das war viel zu rassistisch, was hab ich mir dabei gedacht, ey, schäme ich Geh in die Ecke Eigentlich wollte ich sagen, das mit der You-Nose-Rottung, das war persönlich Wir haben gerade ganz viele Abonnenten verloren, Naka Du ja, ich nicht Ich hab eh nicht so viele Doch dein Video Seh schon in den Kommentaren, du hättest ihn aufhalten können Wie denn, dich erschlagen Ich hab' den pinken Yi, der macht mich rassistisch Der ist einfach viel zu asiatisch Ah ja, stimmt Der sieht auch so aus Der sieht auch so aus Ich bin Asiator Deswegen ist auch so gut Ja Ja Explosive Fieschding ins Kirchen Was Rumble gesagt hat Kann ich nicht sagen Explosiver Hyperraumangriff Keine Ahnung was du sagst Ich hab den Skin zwar, aber ich spiel Rumble nicht Hast du den gekauft? Den Skin? Ja 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 Geldverschwendung Ähm Ich hab den Skin, aber ich spiel den nicht Ich hab ihn einmal gespielt Einmal Und hast dafür so viel Geld bezahlt Jupp Ich hab auch alle Masse Yi-Skins und spiel die auch nicht als Main-Jungler Ich auch nicht Ich spiel Evelyn Siehe! Spinning Flames of Fury Willst du jetzt einen Kommentar von mir dazu? Ja, das war Mir war klar, dass du wieder No-Skill-Champion spielst Aber du grad mit die... Was? Er feedet schon wieder Er tut schon wieder Ich bin auf einmal gestorben Er feedet aber Er auf einmal stirbt er Bis der am Tower-Dipen Auf einmal stirb ich Leute, euch ist schon klar Dass ich ihn irgendwann Wenn ich ihn persönlich sehe Betritten werde Das wird mir bestimmt bei Gamescom passieren 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 You get your ass handed to yourself Und das wird in Gamescom passieren Wenn ich dich treffe Ja, das ist das Es gab auf der Gamescom einen Ton Nakazato 47 Er wurde zu Tone geprügelt Mit einem... Mit einem... Mit einer Gamescom Eintrittskarte Keine Ahnung Ich weiß noch nicht wie ich's mache, aber ich mach's Leute Seht euch live auf der Gamescom an Nakazato 74 wird mit meiner Gamescom-Karte geprügelt In compared to Puts in your face... Bauts in your face, bauts in your face... J Sungoty Jac, ja Boats in your face, bauts in your face,chaeo Boats in your face, bauts in your face, bauts in your face Bauts in your face Und ich bin fast gestorben. Die Schere! Die Schere! Okay, die wollen gar nicht die Schere machen. Ich verstehe. Ich wäre erst mit der Scheren-Technik gekommen, aber gut. Ich sehe immer nur das Leben von Naka weg. Naka, Pro-Tipp, sei nicht in seinem Flammenwerfer. Ja. Also versuche ich hier die ganze Zeit, mich nicht zu treffen zu lassen. Okay, nicht die ganze Zeit, aber... Nein, Leute, ich habe nichts gegen Naka. Eigentlich, du bist ein netter Typ. Ich habe mich sogar im Skype. Na, sage ich ihm immer. Er ist ein netter Typ an sich. Hier, mein Ball! Nein, ich werde verbrannt. Ich wollte noch nur Ball schießen. Oh, du bist tot. Nö. Das blüfft mein Name dann. Er kommt, er will dich diven. Flamme, er fach, scheiße. Da hat er sich mal tot. Rumble, ich glaube an dich hier. Er verratet mich. Verräter. Ja. Ja. Was weil ich Jude bin. Ja, genau deswegen. Bin ich gar nicht! Du Rassist! Oh! 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 Es ist... Es ist der Yeezkin, der macht dich rassistisch. Du was siehst! Ja, hier spricht er noch so ein bisschen ausländisch. SS! Das ist der SS-Ping, ey. Wie kannst du den hier? Ja, genau den! Boah, dein Flammenwärter! Ja, mach doppelten Schaden. Mach doppelten Schaden gegen Champions. Mach doppelten Schaden gegen Champions. Hede! Mach doch mal Leben! Warum kaufst du Armor? Darf ich mich auch gefreien? Bist... Bist... Bist du Deppart? Für Talon! Ja, für Talon! Und für Nidalee! Und für Twitch! Nicht gegen eine Plane für alle! Nidalee geht AP. Hä? Nidalee geht AP. Nidalee geht AP? Okay. Man kann ja auch jetzt AD in Nidalee spielen. Wo alle sagen, ah, ist Broke, okay. Aber denke, ich spiele jetzt auf AP. Oh, jetzt mal, dass es gegen sie spielt, wo sie jetzt AD macht. Ja. Ich würde dir jetzt helfen, aber du hast kein Leben. Doch, ich hab wohl die andere. Achso, ja. Scherentechnik. Die Schere! Hier ist ein Ward. Nicht ganz egal. Die Technik! Die Technik! Mach ihm was! Mach was! Technik! Alles ohne Hilfe von Naka mal wieder. Ich hab ihn gestorben und kicken! Immer wieder! Da kommt man zu einem Gank und der hilft einfach nicht. Ja klar! Okay. Wenn dieses Let's Play vorbei ist, Naka einfach auf dem Boden liegen und weinen. Hey. In dieser Folge zwar nicht. Komm, ich persönlich zu dir. Ich ruf dich an, wo du wohnst. Ich weiß, wo du wohnst. Deine Mutter weiß, wo ich wohne. Ich entschuldige mich, der war fies. Der war unter die größte Linie. Was? Ich hab dich eh nicht drüber. Deine Mutter weiß, wo ich wohne. Das weiß sie. Keiner. Er ist eigentlich bei denen im Jungle. Ach so, okay. Er hat bessere Elo als ich. Ja, ich hab ihn in der letzten Zeit schon wieder aufgeholt. Ja, weil ich einfach gar nicht, weil ich in den letzten zwei Monaten ungefähr, sogar mehr, in den letzten drei Monaten vielleicht zwei Rank Games gemacht habe und beide gewonnen habe. Oh, ich meine Schuld. Aber manche Menschen haben ein soziales Leben. Hab ich auch. Manche Menschen haben ein soziales Leben, was andere Leute interessiert. Meinen auch. Nein. Das stimmt. Nein, Naka, du musst sogar so sagen, nein. Ich fühle mich immer schlecht, wenn du sagst, das stimmt. Fühle ich mich so, als würde ich dich momben. Mir doch egal. Ja. Komm. Ist besser. Schuldgefühle. Schuldgefühle. Bring dich um. Los. Naka, du hast das Schuldgefühle. Bring mich dazu, dass ich mich umbringe. Ich glaube, Nase ist woher. Ach so, warte, durch dich. Wenn dumm sein wehtut, streit Naka. Nö. Tut nicht weh. Ja, okay. Macht aber Spaß. Ich weiß, dass es nicht weh tut. Vor allem macht es Spaß, wenn man dich beim Ranked überholt und du auspasst. Ja, ich habe einfach geschrieben, ich bring mich hier oben. Warte, das Leben hat mehr als League of Legends. Ich weiß, mich. Nee, Bord in die Face. 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 Yeah. Was denkst du zum neuen Bloodsurfster, Naka? Besser als der andere. Gib zusätzlich Schild und mehr Angriffskraft. Nee, eigentlich weniger Angriffskraft, aber gut. Stimmt, ich habe mein Konto ein bisschen hohes Ding. Boah, der Schild bringt auch was. Eigentlich nicht. Normal schon? Eigentlich nicht, nein. Der wird eigentlich ganz schnell auf Level 18 gepoppt. Aber er hält ein bisschen mehr aus. Komm. Wie viel fahren am Trumble? 83. Was passiert da? Mit Leonard Action gemacht. Mein Top-Tower geht kaputt bald. Ja. Wie wär's mit Pushen? Das ist schon Wunder. Das ist schon Wunder. Ich hab dir einen Assist gegeben. Ja, aber ich war noch nicht zurück. Warum warst du noch nicht zurück? Er war tot. Weil ich immer noch Leben hab. Film mal. Ja, aber der Assist bringt ja nichts, wenn er jetzt auf dich aufhört und dich killt. Er killt mich nicht. Möchtest du euch mal besser erfahren? Nein, ich weiß nicht. Maka widerspricht mir nicht. Wir wissen beide, dass ich das kann. Mit was? Ich habe I. Das zeigt meinen hohen Skill. Ah, der Dragon hat ein Level ab. Nein! Ah, warte. Ich hab doch Teleport. Ich geh wieder zurück. Ich werde schon verzweifeln. Innerlich, ja. Wieso spiel ich mit ihm? SS-Top. SS-Top, ja. Weißt du hättest jetzt so klug sein können, nicht einfach die Mitteln teleportieren können und da helfen können, aber nein. Mein Tor ging kaputt. Und? Ja, ein Gank, ja. Tor ist wichtiger als Mittel. Das finde ich vor allem wichtig. Das finde ich jetzt gut aus, was die LeBlanc gemacht hat. Ich will ein Gank, obwohl ich kein Leben mehr habe und mich wegforten musste, weil mir keiner bei Dragon geholfen hat. Und sie macht natürlich erstmal... Sie hat den Blubuff und anstatt wegzugehen hat sie einfach gesagt, ich clear erstmal. Ritzcrank ist alleine, Ritzcrank ist fast tot. Ich bin sowas von tot. Okay. Gut. Gut geschossen. Scheiße, Maokai. Äh, Feeder. Äh. Okay. Was zu beleid, Naka. Boah, es ist in die Falle, boah, es ist in die Falle. Warte, jetzt hat er 3. Killed. Was ist mit Ash? Und? Wau, je. Wau, je. Wau, je. Ja. Ja. Ja, das nennt sich Skill und das nennt sich den Alpha Strike benutzen. Das sind mir ja immer die Liebsten, die dann rumflamen. Die kriegen Assists daran, machen eigentlich gar nichts daran und so. Okay. Ich fleck dich mal. Äh, du, du, du bist gut. Naka, du bist gut. So, jetzt ist die Ash gestorben. Toll. Toll. Wieso? Ich benutze heute irgendwie so die ganze, die Retour-Kutsche der Oldschool-Zeit. Ab auch immer sagen, deine Mutter. Oh, Naka hat ein Kill, Jumbo. Oh! 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 Wo war die Ash-Holty? Oh, je ist gestorben. Wieder! Oh! Schmeißt ihn! Hängt ihn auf! Ich hab grad meine Endzett weggeschmissen einfach. Ah, das war also, das ist gelagert. Und er, das Duell Ash gegen... Twitch. Kommt, äh, Twitch entkommt. Ich stelle Ward in meinem Tower. Wuh? Wieso? Das ist lustig. Ja. Du gewinnst das nicht, er kann uns explodieren lassen. Du gewinnst nicht! Komm. Ich hatte mein Ulti nicht. Warum hast du das nicht? Keine Ahne. Dein Turret wurde gestorben. Hey Mann, ich brauch nur 30 Gold. Check mir welche. Ne. Ich hab auch nur 600. Egoist. Ich brauch nur 30. Ego Mahner! 20. Ego Mahner! Los, die Schere! Dein Blanc! Los! Die Schere! Die Schere! Die Schere! War auch zu sterb... Die hat gar keinen Charmin gemacht! Ich kann nicht mit... Hast du ein Ward? Stellst du irgendwo rein? Ne, ich hab kein Ward, aber ich seh ihn nicht. Er ist weg. Ist schon unsichtbar. Ich hab Ward gefunden. Ich kenne Ward. Oh, da ist niemand. Ich bin angegriffen. Ich bin angegriffen. Ich kenne gebossen. Verständlich krimle. Die Reaktion. Diese Reaktion. Ja, ich wurde gerade von Rumble angegriffen, weil du kein SS gesagt hast. Das EINE Mal im gesamten Spiel, wo du kein SS da hast. Ey, Narayan ist da. Der wird gestorben gleich. Oh no. Vielleicht nicht. Was ist das? Niederle, komm her. Hier im Gebüsch. Oh fuck, hier sind alle. Ich lebe noch. Angriff! Oh, ich hab kein Ulti. Ich renne weg. Noch hier zum Angriff. Blitzcrank, grab ihn. Tut irgendwas. Danke. Blitzcrank. Ja, ich tu doch was. Aber ich bin tot. Danke Blitzcrank. Den einzigen, den du nicht grabben solltest. Lohle. Was Leblunk meint. Ah, Barbara. Sneaky Sneaky… Ah… Warte… Was? Without dash. So wenig… Ok.. Ich konnte nicht verzichten zu offen wie ich seh. B했ource 2. Los, teleportier dich und klau den Blue-Buff! Ich hab keine. War schlecht. Warum macht die Ash permanent einfach ihren Frost-Shot an? Weil es angeblich zu wenig Mana wegzieht. So. Klar. Wie soll ich das wissen? Genau. Frag sie. Du bist hier Challenger, Eso. Los. Challenger, Eso. Nö. Oh, es ist kein SS. Warum ist das schon in Mitte? Ähm, ja, im Late-Game. Im Late-Game. Bei deinem Bild würde ich auch nicht sagen, es ist Late-Game. Der sieht hier nicht so besonders toll aus. Die kommen zu mir, glaub ich. Nö, die pushen in Mitte. Ich komme. Ah, let's crank rap! Let's crank rap und alle sind tot. Ich weiß jetzt nicht ob ich kommen soll. Ich weiß jetzt nicht ob ich kommen soll. Nein. Das war eine schlechte Idee. Ja. Das war deine. Nein, wir nehmen auf. Wir dürfen nicht aufgeben. Das war zu weit raus. Ich habe eins in der Reift. Ich habe gleich recht. Ich habe gleich recht. Es haben drei Leute gesagt, sie wollen nicht surrendern. Soll ich schreiben, dass ich... Aufnehmen? Nö. Schreibe los, schreibe los. Das war eigentlich Challenger Elo. Willst du es jetzt nicht tryharden? Du bist so ein D. Nicht tryhard. Komm. Wir gewinnen es schon. Ja, wir. Komm. Lübbelang, carry uns. Alter, nach dem Spur. Wir gewinnen es schon. Spule ich ganz schnell zurück bei dem Video. Mache ich so ein Replay. Und sonst hört man wie du sagst. Spult am Ende. Wir haben schon verloren. Was? Ich mache so Videobearbeitungen. Mach ich ganz schnell auf die Stelle, wo du es gesagt hast. Weil wir eh verloren haben. Wie? Wie Victory? Ich gehe mal weiter. Ich habe alles schon gefarmt. Ich habe alles schon gefarmt. Naka, stell ein Wort. Hier. Okay, komm. Hier. Also... Was brachte der das jetzt? Was? Hi! Hey! Er ist dead. Fucker. Er macht dir zu viel Schaden. Warum hast du nicht genug Armour? Komm. Treff mich! Treff mich! Ich brauche die Botlane Hilfe. Let's Crank! Rapp ihn! 2 Lesser! Rapp ihn! Rapp ihn! Rapp ihn! Was? Bist du tot? Nein! Er ist da! In die Richtung! Danke, danke! Du hast ihn getroffen und bist weggerannt. Ja, weil er sich gestürmt. Und was ist die jetzt? Sie ist gestorben Du glaubst sie ja früher helfen kannst Dass sie sich retten, nachdem sie nicht strom ist Was? Die sind um die Ecke Triff mich! Wie das immer klingt so, triff mich? Los, triff mich! Du wolltest uns nicht treffen, oder? Ja, aber nicht so! Multi! Multi! Zu spät Da sag ich mit der coolen anderen Ulti Wieso tust du das? Los, jagt mich! Jagt mich! Report Heavlies! Warum? Weil ich nicht in den Tod gesprungen bin? Weil ich der einzige bin der gedacht hat gegen vier Leute wegzurennen Ist eine gute Idee Ach, er drückt nein Nein, natürlich Oh nein Das ist gut Das ist gut Das ist gut So, hoffentlich wird es jetzt auf, oder ich mütje dich Warum? Warum? Die Nerven? Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist gut Ich liebe dich Ich liebe dich Ja Okay, dann Oh ja Welcome to YouTube, bitches Welcome to YouTube, bitches Oh, Naka Ey, auf einmal kriegt Naka die Kills So, er sagt er das auf YouTube und dann kriegt er die Kills Und dann ist er tot Nö Doch Ich remote mein Ulti an in letzter Sekunde wieder Warum? Machst du doch einfach 10 Sekunden früher an Fuck, Clay Law Okay, die sind nicht so gut als Team Ich hab's wieder gestorben Ich hab's wieder gestorben Oh Ich hab's wieder gestorben Ich hab's wieder gestorben Ich hab's wieder gestorben Ich hab's wieder gestorben Ja, was für eine Leistung Und dann sagen die reporten Reporten bitte Ja Leute, wir haben hier den Videobeweis Ich glaube, wir sind dann in der Schule sehen. Ja. Ich habe keine 16 in der Klassen dabei bekommen. Report, Lehrer! Ah, Report ist I in Mundo, ah. Ihr habt die gemütet, gell. Also, muss ich ja voll etwas schreiben. Obwohl, es könnte auch witzig sein, was sie so schreiben. Momentan, das letzte, was sie geschrieben haben, weil die Leute wirklich wollen einige Bronx für... Ja, das kam noch drei. Okay, nein, das haben sie nicht geschrieben. Wer aufzureden kann, dann will ich hören. Haha, jetzt ist das Ding. Meleidig. Nigger, 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 nigger. Jetzt bist du rassistisch. Schau dir mal meine anderen Videos an, oder singe ich das ständig? Ja. Ja, ja. Jep. No denying that. Awww. Ein Kill. Warte, du bist weg? Ich bin tot. Hab ich auch gemerkt. Ich bin reingegangen, hab einen Kill gemacht und bin wieder gegangen. Ich hab gesagt, ich helfe dir mal. Helfe dir, du bist weg. Warte, du bist weg? Du doch! Ich sag mir... MLG. Ja, was heißt das? Ja, MLG. LCS. Dann kann ich das was euch sagen. Ich auch nicht. Okay, das war das... Ups. Ich zeig mal auf die gleichen Flächen. so nachdorfen sich weg und nach kanada auswandern nach antwort ist wo niemand vielleicht besucht ich mal so ab oktober was hast du davon jetzt hier was was passiert was passiert ich habe wort gestellt ich habe wort verstanden was macht das mal viel spaß wenn keiner hilft wir haben schlauze voll von uns hast du noch nicht kapiert die können beleidigen aber keiner hilft hätten wir geholfen hätten wir den trug schon kaputt aber nachdem wir warten ja schon auf die maniens ja du hättest taur dalven können ist sowieso eine falle ich weiß deswegen schmeiß ich vor die ordel phoenix feuer ich mache licht ich hoffe ich habe mich schniedermacht aber gar nichts sie trifft blitzcrane kannst du abnich die falle die falle die falle die die Das heißt, dass ich gemutet war, hat einen Anruf bekommen. Achso. Ich rief mir diese Ursache da. Ja. Kann ich mal beheben? Nee. Weil wir zu gut sind, weil wir haben ja. Ja. Ich komme. Komm zu Mutu! So. Oh, man hört schon, wie Naka sich in die narkerische Kampfposition einsetzt. Jetzt kommt der Pentakill. Kamera ist schon auf dir, Naka. Los, mach Penta. Ich bin gerade dichter. Mundo go, do not go. Jeden Moment wird so weit sein, Naka setzt seinen berühmten Pentakill-Move an. Indem er gegen Super-Minions stirbt. Mundo will go where he bleeds it. Jeden Moment. Jeden Moment. Gehe ich hin? Deportiere dich hin! Da? Wie denn? Deportiere dich! Nein. Mundo go, do not go where. Aukai ist in der Mitte Was soll der sonst sein? Keine Ahnung, ein Buchsehuder Oh, Twitch Wie viel Schaden der dir macht vor allem? Ja, was war ich da für... Das ist der Tank Warum bin ich eigentlich bei euch? Ich könnte auch einfach Splitpushen machen Ich geh 1mm zur Seite Okay, wir haben Fallon, die haben gehasht Tano macht einfach das halbe Team außer uns beiden mit One-Hits Nein Wieso ist Tano gefiltert? Ist er gefiltert? Ja Twitch ist auch gefiltert Ich hab Rumble nicht gefiltert, das ist gut Well played Tano, you get carried Tano macht 3 Leute kaputt Wie der wird gecarried Weil einfach keiner irgendwie Rüstung baut Ja, du hast schon auf einmal gesagt Na, na, du bist ja so ausgeschlossen, du warst ja okay, du stirbst ja nicht mit einem Schlaf Ja, weil ich ja der Tank bin Danke Richtig Ich lasse ihr Leute rock'n und bis zum nächsten Mal euer Lachser RIP Nächstes Mal sind wir ohne Naka und dann gewinnen wir auch immer wieder Ich hatte recht, wir haben verloren Ja, also danke, tschüss Ja, danke, tschüss Ja, danke, tschüss Ja, danke, tschüss